In diesem Video zeige ich dir von A bis Z Schritt für Schritt als komplettes Tutorial, wie du 550 Euro oder sogar noch viel mehr im Internet verdienen kannst. Und zwar mit YouTube Shorts. Ohne dein Gesicht zu zeigen, ohne jegliches Startkapital, ohne Vorerfahrung. Du musst nichts können, sondern nur diesem Tutorial folgen und du kannst sofort loslegen, online Geld zu verdienen. Hallo, hier der Steve von Geniale Geldideen. Heute mit einem ganz besonderen Tutorial, das dir wirklich von A bis Z alle Schritte zeigt, die du benötigst, um dir ein eigenes Online-Business aufzubauen mit YouTube Shorts. Du musst keine Erfahrung mit YouTube haben, du musst dein Gesicht nicht zeigen, du musst nichts dafür können, außer den Schritten zu folgen, die ich dir wirklich von A bis Z detailliert vorstelle. Diese Methode ist wirklich komplett neu und kaum jemand wird sie auf diese Art und Weise dir schon mal irgendwo gezeigt haben. Deswegen bin ich so ein kleines bisschen stolz und freue mich natürlich, wenn ihr diese Methode ausprobiert und nach und nach mit nur 10 Minuten Arbeit pro Tag, das verspreche ich euch, direkt ins Online-Geldverdienen starten könnt. Natürlich freue ich mich wie immer über ein Like, wenn ihr diese Strategie cool findet. Also am besten jetzt ganz fix einen Daumen da lassen und vielleicht sogar ein Abo. Das würde mich total freuen. Oben rechts oberhalb des roten Files auf den Button klicken oder rechts unten auf den gelben Geldsack. Und wenn du magst, dann aktiviere doch schnell die Glocke, denn dann kann dir zukünftig kein Video mehr hier bei Geniale Geldideen durch die Lappen gehen, denn du wirst automatisch benachrichtigt, wenn es hier zweimal in der Woche etwas Neues gibt zum Thema Geld verdienen im Internet und smart investieren. Vielen, vielen Dank dafür. Was haben wir also jetzt gemeinsam vor? Ich werde dir Folgendes zeigen. Ich zeige dir, wie du mit YouTube Shorts ohne Vorerfahrung Geld verdienen kannst und zwar im Bereich Affiliate Marketing. Du kannst jede beliebige Nische benutzen. Du brauchst vorher keine Erfahrung zu haben und alle Software Tools, die du benötigst, die ich dir zeige, die sind komplett kostenlos und trotzdem kannst du damit loslegen und Geld verdienen. Zunächst mal brauchen wir ein Produkt, was wir bewerben können und das machen wir mit Hilfe von Digistore24. Digistore24 ist einer der bekanntesten Online-Marktplätze für Produkte, die man im Internet kaufen kann und du kannst die Produkte von anderen Menschen bewerben und kriegst dafür dann eine Provision. Ich habe schon ein komplettes Tutorial rund um Digistore24 gemacht. Habe ich dir hier oberhalb des roten Pfeils mal in der Infobox verlinkt. Schau dir das ganz in Ruhe an. Da erfährst du alles, was du wissen musst, um direkt mit Affiliate Marketing loszulegen. Wenn du das Video angesehen hast, dann komm einfach hierhin wieder zurück und wir machen weiter. Ich warte so lange. So, da bist du ja schon wieder. Hervorragend. Dann können wir direkt weitermachen. Wenn du angemeldet bist und registriert bist bei Digistore24, kommst du oben auf den Marktplatz. Und wir müssen in einer Nische unterwegs sein, die gut funktioniert, weil viele Menschen da unterwegs sind und versuchen möchten, in diesem Metier Fuß zu fassen und Produkte zu kaufen. Und was funktioniert immer gut? Natürlich Geld verdienen im Internet. Sonst würdest du wahrscheinlich dieses Video jetzt auch nicht anschauen. Und deswegen gucken wir doch ganz einfach mal, welche Produkte es in dem Bereich Affiliate Marketing gibt, die man anderen Menschen verkaufen kann, um dadurch eine Provision zu bekommen. Gehen wir also hier oben mal Affiliate Marketing ein und dann gibt es hier die unterschiedlichsten Produkte. Das ist jetzt alles nichts für mich, weil hier erstmal keine Provision rausspringt und du willst ja Geld verdienen. Aber hier zum Beispiel die Cash Cow, Affiliate Marketing 2.0. Da bekommst du 50% Provision, also auf jedes verkaufte Produkt bekommst du 50%, sprich also 55,03 Euro. Das Produkt ist schon relativ lange am Markt, vor zwei Jahren erstellt worden und hat eine sehr geringe Stornequote von 0,7%. Man könnte also überlegen, hier mit loszulegen. Außerdem kenne ich den Wolf, den YouTuber, relativ gut von seinen Videos. Also hat er auch eine gewisse Seriosität und einen gewissen Namen in der Szene und deswegen funktioniert das Ganze sehr gut. Also machen wir doch einfach mal das Experiment und wir verkaufen die Cash Cow. Du musst einfach nur auf jetzt promoten klicken und dann bekommst du deinen Affiliate Link und wenn jemand auf diesen Link draufklickt und das Produkt kauft, diesen Cash Cow Online Kurs, dann bekommst du 55 Euro und zwar für jeden einzelnen Verkauf. Das heißt, wenn du das Ganze 10 Mal verkaufst, dann hast du 550 Euro einfach mal so verdient. Ziemlich cool, oder? Wenn du es cool findest, dann schreib bitte cool in die Kommentare, denn dann können wir so ein kleines bisschen dieses Video auch interaktivieren. Also wenn du es cool findest, mit ein paar Verkäufen hier 550 Euro zu verdienen, dann schreib bitte jetzt cool in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele coole Kommentare ich von euch lesen werde. Dankeschön. So, den Link, den du bei Jetzt Promoten bekommen hast, den kopierst du dir und merkst in dir. Und diesen Link werden wir jetzt nehmen und einmal kürzen. Dazu öffnest du die Webseite bit.ly, bit.ly.com und gibst den Link von Digistore24 zu der Cash Cow, ganz einfach hier unten bei Shorten Your Link ein. Dann klickst du auf Shorten und dann kriegst du einen etwas kürzeren, etwas kleineren Link, der dann nicht so kryptisch aussieht. Der sieht ungefähr so aus wie dieser hier. Und den kopierst du dir dann und das ist der Link, den wir gleich brauchen. Diesen Link wirst du dann bewerben. Und wenn jemand diesen Link dann anklickt, dann kommt er auf diese Webseite hier mit einem Video rund um das Cash Cow System, wie du krisensicher Geld verdienen kannst von zu Hause und zwar 976.478 Euro. Eine ganz schöne Geschichte. Und wenn jemand danach dieses Video sich anschaut und dann das Produkt kauft, dann kriegst du deine Provision von 55 Euro pro einzelnen Verkauf. Ich hoffe, du kannst soweit noch folgen. Wir haben also jetzt ein Produkt ausgewählt. Wir haben einen Affiliate-Link generiert und wir haben diesen Link gekürzt, damit der Link nicht so lang und kryptisch aussieht. Und diesen Link werden wir jetzt bewerben. Und das machen wir mithilfe von YouTube Shorts. Und zwar ohne, dass du dein Gesicht zeigen musst. Wie machen wir das? Indem wir einfach eine Plattform nutzen, die diese Videos ganz einfach selbst generieren kann. Du musst nur ein bisschen kreativ dabei sein. Und ich zeige dir ganz genau, wie es funktioniert. Wir nutzen dazu Canva. Denn Canva ist ja als kostenloses Grafik-Tool nicht nur in der Lage, Bilder zu produzieren oder Poster oder Plakate oder so etwas, sondern auch Videos. Also du klickst einfach nur auf den Bereich Video und dann auf Smartphone-Video. Denn YouTube Shorts sind ja in der Regel senkrecht und nicht waagerecht angeordnet. Und dann können wir hier ein leeres Design erstellen. Und keine Sorge, du musst nicht viel machen. Denn das meiste macht Canva automatisch für dich. Das Ganze funktioniert mit einzelnen Szenen, wenn man so will. Hier diese Szene ist Seite 1, ist 5 Sekunden lang zunächst einmal. Und es gibt auf der linken Seite ganz viele Vorlagen für mobile Videos, die du nicht bezahlen musst. Und da kann man einfach unterschiedlichste von nehmen. Wenn du das ein bisschen filtern willst, dann kannst du zum Beispiel nach Geld suchen. Denn wir wollen ja jetzt gerne ein Video erstellen, in dem wir Affiliate-Marketing verkaufen können, einen Affiliate-Marketing-Kurs verkaufen. Zum Beispiel dieses. Wenn man da mal draufklickt, dann seht ihr, hier steht Schluss mit diesem finanziellen Fehler. Das scheint auch gar nicht so unsinnig zu sein. Und da ist auch eine Frau, die gleich nicht besonders glücklich reinblickt. Das heißt, es ist schon mal ein Eye-Catcher. Und das Einzige, was du machen musst, du klickst dann hier auf dieses Bild und dann wird das automatisch in deine Grafik eingefügt. Aber wir wollen ja hier nicht Schluss mit diesem finanziellen Fehler machen, sondern da soll ja was anderes stehen. Zum Beispiel, auch am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig. Und dann ist man natürlich gespannt, wie es weitergeht. Und dazu können wir direkt hier auf Seite hinzufügen klicken und hier ein neues Bild reinziehen, nämlich das zweite. Das funktioniert auch sehr gut. Da sieht man nämlich jemanden, der Geld zählt. Das ist schon mal gut. Und da geht es nicht darum, hier erst ein Budget aufzustellen, sondern wir wollen natürlich gleich etwas verkaufen. Dann würde ich hier zum Beispiel reinschreiben, dann werde doch endlich finanziell frei. Kann man noch ein bisschen nach oben ziehen. So würde das Video dann, wenn wir hier vorne wieder anfangen, folgendermaßen aussehen. Na, auch am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig. Dann wechselt das automatisch auf die zweite Seite. Dann werde doch endlich finanziell frei. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird man denn finanziell frei? Und dazu fügen wir eine weitere Seite hinzu. Und gucken mal nach weiteren Templates und Vorlagen, die es hier so gibt. Das finde ich auch gut. Benötigst du zusätzliche Überwachung auf deiner Fitnessreise. Also es geht eigentlich hier um Fitnessverdienen, aber das hier finde ich zum Beispiel gut. Ist mir gleich in den Sinn gekommen und ins Auge gestochen. Wenn ich das hier reinziehe, dann siehst du, hier geht es darum, ein Nutraining zu bewerben, Premium-Coaching und Ernährungsberatung. Wir wollen dir helfen, deine Fitnessziele zu erreichen. Und das können wir ganz einfach umändern in das Cash-Cow-System. Also wir können das hier ändern in Jetzt loslegen. Und diesen Text hier ändern wir ebenfalls zum Beispiel in Jetzt durchstarten mit Affiliate-Marketing. Und hier unten, da wollen wir nicht irgendwas über uns erzählen, sondern wir müssen jetzt jemandem den Hinweis geben, wo er denn einen Link findet, und zwar unseren Affiliate-Link, um mit Affiliate-Marketing richtig durchzustarten. Also schreiben wir hier rein, Link in der Beschreibung. Damit ist die Videobeschreibung gemeint. Und das Schöne ist, du hast sogar die Möglichkeit, bei Canva hier ein bisschen Musik hinzuzufügen. Dazu klickst du auf mehr, beziehungsweise auf Audio und hast dann ein paar kostenlose Video- beziehungsweise Audio-Dateien, die du nutzen kannst. Überall so eine Krone dran ist. Die musst du eigentlich bezahlen. Aber es gibt eine weitere Möglichkeit, kostenloses Audio-Material zu bekommen. Zum Beispiel auf der Website Vansound. Und da gibt es eine ganze Menge. Und überall, wo Download dran steht, da kannst du das Ganze einfach kostenfrei, lizenzfrei runterladen. Nehmen wir zum Beispiel dieses Ukulele-Lied. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder die Pro-Lizenz zu kaufen. Da musst du keinen Quellennachweis liefern. Du kannst aber auch die kostenlose Lizenz kaufen oder dir anschaffen. Und da musst du ganz einfach nur die Webseite als Quelle angeben und darfst kein Audiobuch und kein Audio-Podcast damit generieren. Aber das wollen wir ja gar nicht. Sondern wir werden das nur als Hintergrundmusik für unser YouTube-Shorts-Video verwenden. Also klicken wir auf Download und gehen dann zurück zu Canva. Gehen auf Uploads und ziehen dann ganz einfach per Drag & Drop das Video bzw. das Audio hier herein, das wir gerade runtergeladen haben. Das machen wir hier. Schwupps. Und schon wird das Ganze hochgeladen. Und was wir dann noch machen müssen, ist das ganz einfach, wieder in dieses Bild hier hereinzuziehen. Ich setze den Cursor nach links, klicke auf die Ukulele und schon siehst du, wird das hier unten eingefügt und wir haben im Grunde unser erstes YouTube-Shorts-Video, was gerade jetzt 15 Sekunden in diesem Fall lang ist, maximal eine Minute darf ja so ein Video lang sein, generiert. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus, wenn es abgespielt wird und hört sich folgendermaßen an. Ziemlich cool, oder? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das ganz einfach und zwar kostenlos herunterzuladen und das machen wir hier oben rechts über Download. Und zwar laden wir das als MP4-Video herunter und dann ist schon alles erledigt. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Schritt dieser Strategie. Du hast jetzt also einen Link, du hast ein Produkt, was du bewerben willst und du hast ein fix und fertiges Video, was wir jetzt ganz einfach bei YouTube hochladen werden. Und dazu brauchst du lediglich einen YouTube-Account. Ich würde dir empfehlen, ganz einfach kostenlos einen neuen zu erstellen. Wenn du nicht weißt, wie du das machen sollst, dann schau dir gerne das Video, was ich unten kostenlos verlinkt habe, nochmal an. Das ist mein Komplett-Tutorial mit dem Titel YouTube-Kanal aufbauen, fast 40 Minuten lang. Wenn du das durch hast, dann weißt du, wie du dir einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufbauen kannst. Und das Einzige, was du jetzt noch tun musst, ist ganz einfach hier oben ein Video hochzuladen, auf Video hochladen gehen und kannst dann ganz einfach per Drag & Drop das Video, was wir gerade bei Canva produziert haben, hier hochladen. Und das machen wir jetzt auch mal. Und dann lädt das Ganze schon hoch. Und hier würde ich natürlich was anderes eingeben, zum Beispiel Genial Affiliate Marketing für Anfänger. Damit das aber auch in den Shorts angezeigt wird, musst du hier noch den Hashtag Shorts hinzufügen. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und dann haben wir hier die Videobeschreibung und hier musst du, das ist ganz, ganz wichtig, deinen Affiliate-Link einbinden. Und hier kopierst du jetzt den Link rein, den wir gerade bei Bitly gekürzt haben. Und das ist jetzt der Link, der zu der Cash Cow Affiliate-Formel führt, so dass du damit jedes Mal, wenn du dich draufklickst und das Produkt kauft, Geld verdienen kannst. Und was ganz wichtig ist, haben wir ja gerade bei dem Audio gelesen, wir müssen Bandsound einen Credit hier geben, also eine Quellenangabe. Das machen wir hier. Musik Bandsound dot com. Das war es auch schon. Du kannst jetzt hier noch ein eigenes Thumbnail erstellen, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch hier irgendwas, was vorgeschlagen wird, nutzen, zum Beispiel dieses hier. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Dann scrollen wir weiter runter. Und damit dein Video auch gefunden werden kann, solltest du hier sogenannte Tags hinzufügen. Das sind also quasi Keywords, nach denen Menschen suchen, wenn es um das Thema Affiliate-Marketing geht. Und da kannst du selbst kreativ werden oder du nutzt ganz einfach die erfolgreichen Keywords von anderen Menschen. Wie machst du das? Indem du dir, das siehst du schon hier an den blauen Punkten, eine kostenlose Software installierst, namens vidIQ. Und damit kannst du sozusagen die Tags anderer erfolgreicher Videos klauen. Und zwar suchen wir einfach bei YouTube nach Affiliate-Marketing und gucken dann mal, was die erfolgreichsten Videos sind. Dieses Video hat beispielsweise 51.000 Aufrufe erzielt. Das 77.000 ist auch eins von mir zufälligerweise dabei. Und wenn wir auf dieses Video klicken, dann öffnet sich das Ganze und du siehst dann hier auf der rechten Seite die Tags, die dieses Video hat, was eben so viele Aufrufe generiert hat. Und was du nun machen kannst, ist ganz einfach hier auf das Symbol gehen, das Ganze zu kopieren. Und dann fügst du diese Tags ganz einfach hier ein. Und schon hast du die perfekten Tags rund um das Thema Affiliate-Marketing generiert. Dann können wir die Kategorie noch ändern, denn es geht hier nicht um Menschen und Blogs, sondern es geht beispielsweise um Bildung. Wir möchten den Menschen ja zeigen, wie sie erfolgreich im Internet Geld verdienen können. Also wählen wir hier Bildung aus, klicken auf Weiter, Infokarten brauchen wir nicht bei diesem kurzen Video hinzuzufügen, wieder auf Weiter klicken. Dann siehst du, dass das Ganze hier überprüft wurde auf eventuelle Urheberrechtsprobleme, es sind aber keine, es ist ein grünes Häkchen dabei. Dann kannst du jetzt hier auswählen, ob und wie und wo das gezeigt werden soll und gelistet ist. Und das soll natürlich öffentlich sein. Alle Nutzer können dieses Video sehen. Dann klickst du auf Veröffentlichen und in dem Moment hast du deinen ersten YouTube-Short veröffentlicht. Und jetzt brauchst du eigentlich nur noch zu warten und dieses Video hier wird dann in den Shorts bei Millionen von Menschen angezeigt. Momentan ist es so, dass du gerade als junger Kanal noch in der Lage bist, sehr, sehr schnell sehr viel Reichweite zu erzeugen mit diesen einfachen Videos, ohne dein Gesicht zu zeigen. Und sobald jemand dann auf den Link in der Beschreibung klickt und das Produkt kauft, dann kannst du eine ganze Menge Geld verdienen. Wie ist die Strategie nun? Ganz einfach. Du hast gesehen, so ein Video zu erstellen dauert vielleicht 10 Minuten, inklusive der gesamten Recherche, der Darstellung, der Audio- und Videospuren, das Ganze runterzuladen und dann bei YouTube hochzuladen mit den entsprechenden Texts. Denn das kannst du jetzt ganz einfach kopieren. Und zwar machst du das jeden einzelnen Tag. Jeden Tag nutzt du die Zeit und nimmst dir 10 Minuten, um so ein Video zu produzieren. Und mein Tipp ist, nutze immer am Ende das gleiche Bildchen, immer dieses Jetzt-Durchstarten mit Affiliate-Marketing und hier vorne nutzt du andere Dinge. Das kann mal irgendjemand sein, der Geld zählt. Das können irgendwelche anderen Vorschläge sein, die es hier als Vorlagen für senkrechte YouTube-Short-Videos bei Canva gibt. Denn du kannst natürlich, indem du einfach nur den Text anpasst, die meisten dieser Vorlagen ganz einfach für deine Zwecke nutzen. Dann endet alles immer auf dieser Geschichte. Du nutzt immer die gleiche Musik, damit du einen Wiedererkennungseffekt hast und dann hast du innerhalb von einer Woche sieben solcher Videos online. Innerhalb eines Monats 31. Und diese Kontinuität wird dafür sorgen, dass du immer mehr Reichweite generierst und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis du durchstarten kannst und mithilfe des Cash-Cow-Systems Monat für Monat 550 oder vielleicht sogar irgendwann 5.500 Euro einnehmen kannst. Und dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß und Erfolg. Und wenn du weitere Ideen rund ums Thema Affiliate-Marketing kennenlernen möchtest, dann klick mal aufs linke Video. Da erfährst du die geheime Profi-Strategie, wie du mithilfe von Pinterest mit Affiliate-Marketing durchstarten kannst. Und wenn du lieber als Autor erfolgreich werden möchtest, auch das geht, dann schau dir mal meine Klo-Methode an, die dir 845 Euro pro Monat einbringen kann. Egal ob du links klickst oder rechts, ich freue mich, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen.